Gemischte Widerstandsschaltung Wir haben hier drei Widerstände vorgegeben, R1 25 Ohm, R2 100 Ohm, R3 300 Ohm und die Gesamtspannung ist mit 24 Volt bekannt. Wir suchen die Ströme I-Gesamt, I1, I2 und die Teilspannung U1, U2 und den Gesamtwiderstand R-Gesamt. Da wir alle Widerstände kennen, beginnen wir mit dem Gesamtwiderstand. R1 ist in Reihe zu dieser Parallelschaltung der Widerstände geschaltet. R-Gesamt gleich R1 plus R2 mal R3 durch R2 plus R3. Wir setzen die bekannten Widerstandsfälle in die Schaltung ein und erhalten 100 Ohm als Gesamtwiderstand. Mit dem Gesamtwiderstand und der Gesamtspannung können wir den Gesamtstrom ausrechnen. Nach dem Ohmschen Gesetz ist I-Gesamt gleich U-Gesamt durch R-Gesamt gleich 24 Volt durch 100 Ohm gleich 0,24 Ampere. Nun berechnen wir U1. U1 ist I-Gesamt mal R1. 0,24 Ampere mal 25 Ohm gleich 6 Volt. U2 ist U-Gesamt minus U1. Also 24 Volt minus 6 Volt gleich 18 Volt. Jetzt brauchten wir noch I1 und I2. I1 ist U2 durch R2 gleich 18 Volt durch 100 Ohm gleich 0,18 Ampere. I2 ist I-Gesamt minus I1. Wir erhalten 0,24 Ampere minus 0,18 Ampere gleich 0,06 Ampere. In der zweiten Aufgabe ist diese zusammengesetzte Widerstandsschaltung zu sehen. Wir wollen den Gesamtwiderstand berechnen. Diese beiden Widerstände sind in Reihe geschaltet und ergeben zusammen 50 Ohm. Dann habe ich hier einen 50 Ohm Widerstand und parallel dazu hier einen 50 Ohm Widerstand. Wir berechnen jetzt zunächst nur diesen oberen Zweig. Dann haben wir 15 Ohm plus 50 Ohm mal 50 Ohm durch 50 Ohm plus 50 Ohm plus 40 Ohm. Wir erhalten insgesamt 80 Ohm. Jetzt ist dieser 80 Ohm Widerstand hier oben ja nochmal parallel zum 120 Ohm Widerstand geschaltet. Also erhalten wir A-Gesamt gleich 80 Ohm mal 120 Ohm durch 80 Ohm plus 120 Ohm gleich 48 Ohm. Dritte Aufgabe. In der dritten Aufgabe ist die Gesamtspannung mit 10 Volt bekannt, U3 mit 3 Volt und diese Widerstände. Der Widerstand R1 ist gesucht, die Ströme I-Gesamt, I1, I2 und die Teilspannung U1, U2, U4 sind gesucht. Da wir an diesem Widerstand die Spannung kennen, können wir den Strom durch den Widerstand ausrechnen. Das ist gerade der Strom, der durch diese beiden Widerstände auch fließt, der ist unverändert, also I1. I1 ist 3 Volt durch 15 Ohm. Wir erhalten 0,2 Ampere. Mit dem Strom durch diesen Widerstand können wir auch die Spannung am Widerstand ausrechnen. U2 ist I1 mal 5 Ohm. Gleich 0,2 Ampere mal 5 Ohm gleich 1 Volt. U4 ist U2 plus U3. Gleich 1 Volt plus 3 Volt gleich 4 Volt. U1 ist U1 ist U-Gesamt minus U4. Das gibt 10 Volt minus 4 Volt 6 Volt. I2, also der Strom durch diesen Widerstand, ist U4 durch 30 Ohm. 4 Volt durch 30 Ohm, 0,133 Ampere. Jetzt können wir den Gesamtstrom ausrechnen als I-Gesamt gleich I1 plus I2. 0,2 Ampere plus 0,133 Ampere gleich 0,333 Ampere. Wir kennen die Spannung an dem Widerstand R1 und den Strom, der durch den Widerstand R1 fließt. Damit können wir R1 ausrechnen. R1 gleich U1 durch I-Gesamt. Das ergibt 18,02 Ohm. Schließlich war ja noch der Gesamtwiderstand gefragt. Der lässt sich berechnen, indem man die Gesamtspannung durch den Gesamtstrom dividiert. R-Gesamt gleich U-Gesamt durch I-Gesamt. Wir erhalten 30,03 Ohm. Diesen Gesamtwiderstand kann man auch wie folgt berechnen. Dieser 20 Ohm Widerstand, das ist ja 5 Ohm plus 15 Ohm, 20 Ohm. Der ist parallel zu 30 Ohm geschaltet, also 20 Ohm mal 30 Ohm durch 20 Ohm plus 30 Ohm. Und dazu ist in Reihe der R1 geschaltet mit 18,02 Ohm. Und zusammen ergibt es einen Gesamtwiderstand von 30,02 Ohm. Jetzt wird man hier vielleicht fragen, warum kommt hier 30,03 Ohm und hier 30,02 Ohm zustande. Das liegt daran, weil hier die Perioden natürlich hinten abgeschnitten sind und dadurch eine Ungenauigkeit entsteht. 4. Aufgabe 2 Glühlampen mit den Betriebsdaten L1 4 Volt 0,3 Ampere und L2 6,3 Volt 0,1 Ampere sollen in Reihe an einer Spannung von 24 Volt so betrieben werden, dass ihre Betriebsdaten eingehalten werden. Überlege die Schaltung und berechne die erforderlichen Widerstandswerte. Wir haben hier die beiden Glühlampen L1 und L2. Durch die Glühlampe L1 soll ein Strom von 0,3 Ampere fließen und durch L2 ein Strom von 0,1 Ampere. Damit die Spannungen an den Glühlampen eingehalten werden, benötige ich einen Vorwiderstand Rv. Und damit der Strom durch die zweite Glühlampe, der ja nur 0,1 Ampere beträgt, eingehalten wird, benötige ich hier einen Nebenwiderstand Rn. 0,3 Ampere fließt also durch Rv und die Glühlampe L1. Hier teilt sich der Strom an der Stelle auf. Durch die Glühlampe L2 fließt ein Strom von 0,1 Ampere und hier ein Nebenstrom durch den Nebenwiderstand von 0,2 Ampere. Zunächst berechnen wir UV, UV gleich U-Gesamt, also 24 Volt, minus 4 Volt, minus 6,3 Volt. Wir erhalten 13,7 Volt. Da wir den Strom durch den Widerstand Rv kennen, können wir Rv berechnen mit UV durch 0,3 Ampere. Also 13,7 Volt durch 0,3 Ampere sind 45,7 Ohm. Durch den Widerstand Rn fließt ja der Strom In gleich I-Gesamt, also 0,3 Ampere, minus 0,1 Ampere, gleich 0,2 Ampere. In der Parallelschaltung sind die Spannen ja gleich, das heißt die 6,3 Volt liegen auch an Rn. Damit können wir Rn ausrechnen. Rn ist 6,3 Volt durch In, also 6,3 Volt durch 0,2 Ampere, gleich 31,5 Ohm. Im fünften Beispiel haben wir hier diese zusammengesetzte Widerstandsschaltung und ich habe die hier bereits schon optisch ein bisschen zusammengefasst, wie man den Gesamtwiderstand berechnet. Wir beginnen hier mit den parallelgeschalteten Widerständen. Den Ersatzwiderstand davon nennen wir R-Stern. Das ist hier R2-Stern, das ist R3-Stern und R4-Stern. R-Stern ist R mal R durch R plus R gleich R halbe. Dann kommt R2-Stern, das ist in diesem grünen Kasten der Ersatzwiderstand, ist dieser Widerstand, also R halbe plus R, das sind 1,5 R. Zu diesen drei Widerständen ist dieser Widerstand parallel geschaltet. Wir haben also R3-Stern gleich 1,5 R mal R durch 2,5 R. Das sind 0,6 R. Dann ist hier in dem roten Kasten, kommt dieser Widerstand in Reihe noch hinzu. Dann haben wir R4-Stern, das ist 0,6 R plus R, also 1,6 R. Dieser rote Ersatzwiderstand ist schließlich zu dem letzten Widerstand auch noch mal parallel geschaltet, sodass sich RG ergibt mit 1,6 R mal R durch 2,6 R. Und das gibt 8,13 R. Wir stellen nach R um, indem wir mit dem Kehrwert multiplizieren, das heißt wir haben R gleich 13,8 R gesamt. Wir setzen für R gesamt 56 Ohm ein und erhalten 91 Ohm. Jeder dieser Widerstände hat den Wert von 91 Ohm und dann ergibt sich der Gesamtwiderstand mit 56 Ohm. Danke fürs Zuschauen.